Nächste Timer haben wir die Verantwortung für die Eltern, die erst verlassen sind von Tüß. Titus, 2 Vers 1 Du über Reden, was heilsame Lieder, so sich das sehnt. Egli, wenn unsere Kinder erst geraut sind, von Tüß gingen, dann ist es nötig, dass wir unsere Reden heilsam sind, weil es immer nötig ist, dass er heilsam ist, aber gleich, wir sollen ganz sicher einen Wechsel merken, wo wir unsere Kinder behandeln, weil sie alle waren und verantwortlich waren. Titus hat in Fennet-Ängst geschrieben, die erste Verschritte, was ich sage, dass unsere Reden heilsam ist und dass die Lyrik ist, so sich das sehnt. Vielmal mag das ein Unterschied. Ich will ganz lange treten, dann sieht man ein Mann zu mir, wo er seine Dachte gesagt hat, dass er auf dem Tag, wo er sie befried hat, hat er noch mit einer Rede gehad, dann hat er seine Dachte für die ganze Versammlung gesagt, weißt du was? Und so, als das mir ernst beginnt, wenn wir noch jüngst waren, dann waren wir die ersten Frauen, als wir dann in der Frigid nehmen, waren wir dann. Hier muss eine Änderung passieren. Und das ist mir wertvoll, um zu denken, wie dann eine Änderung passieren sollte, wann ein Kind vertuscht hat. Und ich sage nicht bloß, bin befrieden. Diese Änderung soll passieren, wann ein Mensch groß wird von einem Kind. Und diese Ordnung, weil ich nicht gerade sein will, die melden, von 18 Jahren, von 20 Jahren, wo immer das ist. Aber ich sehe danach, ich glaube danach, dass es weiß, wann ein Vordersehen 20 Jahre schon jung sei, weißt du was, wann du erst 20 Jahre bist, oder 18, wo immer du bist, von da, wo wir Dinge ändern. Von da ist das anders. Von da bist du verantwortlich für dein Geld, wann du schon für jährst, du machst die Kämmer, die du verdienst. Und wenn du durchs Leben wirst, dann wirst du so und so viel Maritur hier leben. Das ist ein Beispiel. Ich will dir nicht fair sagen, wo, aber ich soll, ob ich eine Städte, diese Veränderung von Kind, nur ein Mensch, dort Kind lernen. Dort versteht, ich sie verantwortlich. Von da an, kannst du dir eine Ordnung sagen, und ansonsten, wenn du hier wohnst, wie hat die Ordnung, klacktieren, schlitt wie das. Dann sollst du dich sein. Nicht da, wenn du mich sehen bist, wenn du Leute da was sagen, dann musst du mal das erst wo wohnen. Wenn du dir eine Rede was haben, dann musst du mal das erst wo anfangen. Dit braucht, dit sind einfache Beispiele, wat die nicht derwe unbedingt so sind, gesaerts merken, ob er da matt wohnen wechselt sein, am dort, dort nicht, und saß er für dich, als er schon jung, die sagt, wo die Mamen haben gesagt, bei der zweite Nacht, die wird nicht hieß kommen. Dort darf trübbelts. Der zweite Pfarrer sagt, die Olle, die sollst du nichtern leren zu sein, die sollst du eerbäuer leren sein, die sollst du zichtigen, und die sollen je zünder glauben haben, und dass sie leuwen und geduld haben. So hier sagt Paul, das ist die Zeit, was er die Menschen soll tun. Das ist was er die Leren soll. Und das ist, wo es in Betrag kommen hat, dass wir als Älteren an die Kinder lernen tun, dass wir als Älteren werden, wird das brukt, und auch dass wir uns das lernen tun. Dann sagt es in die Olle Mames, die sollen heilig geworden werden, so sich das sehnt, und dass sie alle gode Leren erinnern sind. Die sollen die jungen frühes leren, dass sie zichtig sind. Was meine Wort zichtig? Dass sie zichtigen tun, was ich sage, abdrahten tun, ihre Mannen und die Kinder leben. So zichtigen können wir sein, dass sie Familien produzieren tun. Das ist was die jungen frühes viel zu leren, dass diese Familien ein wertvolles Ding sind. Und die frühes sind, um die Kinder gebären, um die Kinder zu schrieen. Und sie sollen ermänen und die Kinder leben. Das ist was die älteren frühes soll tun. Und sie sollen die jungen frühes lernen, dass sie ermänen auch nicht tun sind. Dass Gottes Wort nicht verlastet wird. So hier sind Leren, die wir brauchen, was die Testamentens Leren haben. Und das will ich die älteren Mames sagen. Doe sie das, doe sie nicht da leren, dass sie, wenn sie sich befreien, dass sie die Kinder haben. Doe sie das leren, dass sie die Mannen und die Kinder leben sollen. Und dass sie wirklich ihre Mannen anjadänt sind, abdrahten Gottes Wort nicht verlastet wird. So worum Gottes Wort verlastet wird, wir haben ein Kliemann von reden, das steht hier wird es von reden. Gott hat einen Planen, weil es schaufe soll. Und wenn wir nicht däunen, was ein Planen ist, wird verlastet. Er hat all diese Versprechung, er hat den scheinen Himmel, er hat Jesus, alles hat er gedäun, wenn wir das nicht däunen, damit wir sein Planen und sind weit verachten. Das wird eine Möcke hat, was am Stere geworden ist. Das wird nicht mehr Gottes Planen getan. Wir haben sie eine Pläne gemerkt, was uns gut schien zu sein, und wir gehen dem weit noch. Und das ist drübelst, das sei wie. Der junge Manner soll die Lehre züchtig sein. Was meint das wird sicher? Ich werde er erklären. abwassen, produzieren, das können viele Dinge nehmen. Wir tun uns selbst sicher. Ich tun mich selbst abtragen und dort in Gottes Plan stehen. Seventer Versch. Stell die selbst als ein Verbild an die Gouden Worte mit eine ganz unbeschuldigende Leer und mit alle Eure Bord hat. Mit ihr sollst er tun. Das was er tut sie und das was ich sollt sein. Seventer verbild to jene jungen und meales und leert ein ohne falsche leer so dass er Gottes Eure verserend hat. Und wenn wir die ding würden tunen da waren unsere jungen und meales heim gerinde wo sie selbst und scherringen würden machen un Gottes Plan. Epheser saß vers feier sagt die reiz die jungen nicht im zornen ob er moont die eine zucht oder sich die eine ermoenung zum haren. Das ist was Epheser saß feier sagt. Gottes Wut leertet von wo wie sie sind die jungen und leert die Kinder selber sind die äldre und das können wir nicht weinnehmen das werden wir haben ihr mom und papa wenn du wirst ein goud das haben was die 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 erren dann ihr die mam und papa so lang du lebst am land wird got die jeft so hier reit er nisch fand du kannst ab hier mit der äldre er wenn du ein mensch bist hier sagt du so lang du lebst sollst du deine mam und papa er und dort land was die jeft hat 5. Mose 5. saßt hier du sollst mam und pa er dort du lang lebst und dort land was die jeft so hier sagt so lang du lebst und hier sagt dort du lang lebst so dit bleef jellig want er ook in oule bund is want er in je zaats is ober want du de äldre wors iran hier redet nicht van je hoersam ober ek wil nu ook nicht sein dat je hoersam brukt nicht ek zei wanne du je hoersam best unja de lehn wat die elre zent en je got is waag dan matthias feft feia god haf geboten mom and papa to iran wer mom papa flucht die soll starben so dat is all matthias dat wie saile de elre iran en wer de elre flieken dat die wordt starben so en andere werd scherfe sein wer de elre flieken dat die wordt wun om dat komen wie brokken dan se elren nicht flieken en dat wordt ook feeld doen en wan het ook niet sei groot flieken wie dat over de flieken treng mine elre mine elre wan die mij leert was wan die niet helemaal wie do was wan dat dat do wie zel flieken wordt wieder doen dat halb dan ser en dat viert zel an dem flieken dat viert 7 hier steht dat seltsje wat in Matthäus 15 feier steht so dat an Matthäus geschreven dat is in Markus geschreven Markus 19 eure vater mutter saag dit to ook so in Lukas 28 20 die saag maman pape iren i feiser saag 2 e maman pape dat is dat e baut wat ne verheitung haf am dat die lang leven das ab die ed en dat die dat gaud gaud so hier sind am a a a a a a a a d so we klo haf dat 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 juhuersam to de elre dat switch wie evan die juhuersam to god opa die juhuersam de elre lot we niemals los dat juhuersam sterig en wani 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 juhuersam to god haf dan as dat e licht cain unia schaib dan se wie die juhuersam to die elre en dat et niet sik besen an dat dat et nix sik helen an an en scheuw oran na fort foran on johuersam oran messie foran dat dat et niet mal besen on to woone gemeint wie herren or to woone kolonie wie herren or to won dar be herren Das ist, was ich mit Klohausen führte. Ich kann nicht mein Sehen sagen, das ist die Form, die ich gebeten habe, hier zu bleiben, oder das ist die Gemeinde, wo ich bin, hier zu bleiben. Das holen sich nicht an. Das holen sich an, ich übergebe dem und die Gottesleitung durch den Heiligen Geist. Wahrer soll ich mich nicht auch verstehen, dass ich sei wie jeden nicht rum. Ich kann den Roten, ich kann den Prachen, ich kann alles durchleihen, ob ich mit einem Lodentscheidung mache.